Hallo Leute, wir haben uns heute mal den iPad Mini angeschaut und heute zeige ich euch erst mal wie er den überhaupt anmacht, weil so ganz leicht ist es nicht. Und zwar muss man ganz kurz auf die Vertiefung rechts drücken, weil man sonst nämlich beim Siri Sprachassistenten ist. Jetzt, da ist es die Kamera, ich zeige euch natürlich die Backgrounds, Fotos machen, ich kann auch noch switchen, hier drauf, Video. Ja, also, das ist die Musikbibliothek. Gut, das war jetzt nur sie und deine Fotos. Die Fotos sind hier, wie man sieht, war nicht ganz ordentlich. Obwohl es kein Latina Display ist. Natürlich kann man auch mal iTunes schauen, um mal vielleicht mal einen Eindruck zu haben, wie das denn mit den Videos ist. Ich schaue nochmal einfach mal kurz an. Okay, gibt es hier halt nicht. Ach, doch. Ach, doch. Ich kann mich dann auszahlen. Ist halt iTunes, ne? Musik kaufen, kennt ihr ja alle. Also, ihr seht hier auch das FaceTime, das ist also die Skype. Und das ist jetzt in dem Fall nicht installiert, aber das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Okay, ein wichtiger Menüpunkt ist halt die Einstellung hier. Hier kann man dann WLAN aktivieren. Bluetooth. Ja, je nachdem. Ehrlichkeit, Hintergrund. Datenschutzdinger. Die iCloud kannst du aktivieren. Ja. Aber eigentlich auch wie bei jedem anderen Apple Gerät. Gerade in deinem Voice. Ehrich, du будst die Gentebresitter. Und du révтяst mich jetzt aufger Zukunft der eine Lebenshöge für die Leute aus. Ja, das ist real. Bis zum nächsten Mal.